Die folgenden Klavorythmen werden auch Sonn- oder Salsa-Klave genannt. Sie bestehen aus 5 Schlägen, die über 2 Takte verteilt werden. Durch die Verteilung der 5 Schläge auf die 2 Takte ergeben sich 2 unterschiedliche Modelle. Das 3-2-Modell mit 3 Schlägen im 1. Takt und das 2-3-Modell mit 2 Schlägen im 1. Takt. Wir beginnen mit der Sonn- oder Salsa-Klave im 3-2-Modell. Erster Takt. 1, 2 und 3, 4. Zweiter Takt. 1, 2, 3, 4. Zusammen. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die Sonn-Klave im 2-3-Modell. Erster Takt. 1, 2, 3, 4. Zweiter Takt. 1, 2 und 3, 4. Zusammen. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seite 49. Rumba-Klave 3, 2. Die Bosa-Klave im 3-2-Modell. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3 und 4. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3 und 4. Und nun die Sonn-Klave 2-3 in doppeltem Tempo gespielt. 1 und 2, 3 und 4. 1 und 2, 3 und 4. Und 1 und 2. 3 und 4 und 1 und 2. 3 und 4 und 1. Untertitelung des ZDF, 2020